Hallo du Fleck. Hi. Es wird höchstwahrscheinlich dadurch, dass ich die Musik kenne. Und er hat verkackt mit der Steuerung. Da lang, da lang, da lang. Geradeaus am besten. Die Steuerhund das Ding will gerade nicht. Ich hoffe richtig. Ja. Okay. Ist das ein Bekannter Metropos? Das ist ein Metropos. Ja. Da ist mir so bekannt vor. Ich bin noch nicht tot. Oh. Shit. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ob du die da unten scannen kannst. Shit. Aber ich glaube, die habe ich schon. Aber die gibt's doch im Filstere-Probat. Wo bleibt jetzt? Wo bleibt sie jetzt? Was? Wo bleibt sie jetzt? Kommt nicht. Doch kein Lost-Kampf? Nein. Wollte dich doch was verraschen. Ich hasse dich. Ich weiß. Das Boot auf Gegenseitigkeit. Au. Der ist nicht aktiviert. Da kommst du nicht ein. Der ist nicht aktiviert. Der aktiviert sich erst, wenn du die Gegner besiegt hast. Okay. Achso, die Presse schießen, oder? Ja. Herbst lustigerweise genauso gemacht. Ich muss effektiver geschossen. Es ist... Okay, es ist nicht tot. Du kannst auf einen normalen Beamer oder du setzt frühzeitig den Supermessor ein. Jetzt denkst du was eigentlich vorzum. Ja, aber nicht rechtzeitig. Das war nicht rechtzeitig. Das war... Zu früh in die Kante. Das war zu spät. Der hängt bei der Wand. Jetzt. Habe ich gemacht, was du jetzt denkst. Ja, den Supermessor meinte ich. Was, ganz einfach zu früh? Ja. Das warten bis... Nein, ne fräsen. Nein, seine fräsen. Nein, seine fräsen. Das sind seine fräsen. Geschossen. Das ist übrigens noch 16 Minuten. Ich habe noch nicht mit Spiele gekämpft. Hm? Ich habe selbst mal diese Piche auf gekämpft. Es war... Ich habe noch keine Bombe gekämpft. Nein, ich habe alles auf der Spiele gewartet. Es gibt Kämpfe bei der Rätsel. Du kannst im Wasser nicht so hoch springen mit dem Ball. Ich weiß. Haben wir kaum irgendwie meine Wasserplatte der jungen Scheiße. Ich hoffe, den Boss darf ich da machen. Nein. Du machst keine Bosse. Du kannst aber das fennen. Was mache ich denn gerade? Du Hodenkopf. Das ist der falsche Bellen. Das ist der falsche Bellen. Ich glaube der falsche Bellen. Irgendwo hier ist noch ein E-Tank. Was machst du da? Pumpen. Serena ist Pumpen. Du hast es nicht gesehen. War es aber alle? Nein. Das schießt mich dann zurück. Ja? Geht das? Nein, das geht erst später. Was denn? Das ist ein Rätsel, was man mit einem Bomben-Sprung machen muss. Achso. Da ist ein Bericht. Da ist ein Bericht. Ah, der hat Zappen. Das ist ein Portal. Das ist ein Portal. Das ist ein Portal. Das ist immer noch ein Portal. Das ist ein Portal. Was hab ich gerade an 6? Das ist diese Hilfe, wenn man eine Zeit lang nicht weiterkommt. Das war auch im ersten Fall. Nein. Du weißt. Ich drücke, wenn mir das Spiel was sagt. Und du drückst auf was, wenn das Spielsett nicht drücken. Aber ich führe es jetzt bezogen. Ich führe es jetzt noch bezogen. Also, das Spiel muss nicht mal was sagen und du drückst. Aber der Worlds zum Beispiel. NPC. Bam. Was? Du killst die NPCs. Ja. So fast. Ja, so fast. Denkst. Denkst. Unter der Säule. Leiche. Nein, bericht. Leiche. Das steht unter der Kategorie für Richter. Was bist du für eine Tür? Eine dunkle Tür. Eine dunkle Tür. Eine dunkle Tür. Achso, ein Lassolien. Eine Denkletür. Der inhalierende Bienen. Dengel. Delle. Eine Delle Tür. Nein, nein, nein. Ich wollte hier wieder einspringen. Nein, nein, nein. Längst kommst du. Du musst es. Tschüss. Ich frage mich, wieso. Gerade weil es die bei Outer Worlds, die Trophäe, dass man das, danke? Jetzt wird es auch so, dass ich auch wirklich drauf bin. Das war das Startgebiet. Komplett ins Chaos stürzt. Ja. Ich habe da jeden NPC gekriegt. Hast du Fähre? Ja, vielleicht ist... Kannst du mal einen Doppensprung noch mit ein. Ja. Hab ich gestern versucht. Vielleicht ist das Chaos und das Chaos stürzt und da kommst du mich hoch. Kannst du es nicht versuchen. Ja, da hast du Rammelt bei hier oder so drauf. Ah, links ist natürlich. Vielleicht ist Chaos stürzt nicht gleich alle um. Hier kannst du es gerne. Ah, nein. Das sind die. Die haben wir schon. Ich dachte, hier sind die Samenbomber. Ja, das ist das Scherz. Dann sind da drin die Samenbomber. Nein. Immer noch der Kleid. Immer noch der da. Der da. Der, der. Der, der. Du hast mehr Glück mit uns als ich? Was? Was? Achso. Ja. Sicherheitsmodul deaktiviert. Ich bin schon ... Das hier ist eine Scheiße. Ja, das verbessert sich, wenn wir das Wasserbewegungsbuch haben. Ach du! Ich muss es sagen. No! Aber du kannst sprechen gehen. Sprechern ist für Luschen. Sprechern ist für die, die wollen Let's Play aufnehmen. Also ab durch die Tür. Durch welche Tür? Die, wo du gerade eingeschaut hast. Okay. Toll. Wenn du Wölf nimmst, tausch ich. Mit Blutzi. Wenn du Wölf nimmst, tausch ich. Mit Blutzi. Okay. Mit Blutzi. Mit Blutzi. Mit Blutzi. Wir brauchen übrigens ein Messias. Ups. Wo muss ich überhaupt sein? Wieder runter und durch die Tür. Durch die andere Tür? Da kannst du nicht durch. Durch die blaue Tür. Wie weiter runter? Ungefähr auf der Plattform, die da unten ist. Die hier? Nein, noch weiter runter. Toll. Die hier? Noch weiter runter. Toll. Nicht nach links. Nicht nach links. Du bist zu weit. Fuck. Hau. Das ist noch 10 Minuten. Du kannst einfach in die Mitte von einem Türpel springen. Du landest auf das Feld, was... Wo du hin musst. Da. Das da? Okay. Und das ist die Tür? Danke wohl. Na? Nein, das ist die dunkle Tür. Du musst durch die blaue Tür. Ich... Ich hab's gerade gesehen. Ups. Ups. Du hast eine schöne Reaktion gerade darauf, oder? Ja. Er braucht sie genug, nur den Weg zu finden. Und wir... Ach, falsche Tür. Nein, das ist die dunkle Tür. Fuck. Du musst durch die blaue Tür. Hilf man doch. Genau durch die. Danke. Es ist nicht gekommen. Er da gerade. Jetzt kommen Samenbomber. Das weißt du, weil... Weil jetzt... Das Licht drin ist. Und wo sind sie? Ich komme außerhalb vom Wasser. Aha. Und wo sind sie? Ja. Nein. Scannen! Samenbomber ist er. Entschuldigung. Da... Da sind Missiles. Sammels er auf. Ja? Machen wir ein Bösschen? Äh... Jetzt kannst du, glaube ich, die scannen, wenn sie... Finstelingen. Machen wir ein Bösschen? Ja. Machen wir ein Bösschen? Ähm... Jetzt geht es auf blau. Das Ding. Kannst du sagen, was du reinkommst? Kannst du sagen, was du reinkommst? Kannst du sagen, was du reinkommst? Er hat dich reingedrückt. Ich weiß. Ich habe manchmal... Ich möchte erst mehr Glück, als ich nötig habe. Weißt du, was ich faszinierend finde? Das ist das bessere Gesicht auf dem Laptop. Das ist auf die Ferse... als auf der Bindung. Ich kann dir sagen, warum. Ja, ich meine, vom... vom Düstern an. Ich kann dir sagen, warum. Weil es auf dem Laptop... äh... mehr... gleiche Pixelanzahl... in einem kleineren Bildschirm sind. Dafür ist die Sicht besser. Das ist der Grund, warum du alte Spiele auf keinen Fall auf dem... großen Fenster zocken solltest. Also alles, was nicht HD ist. Hui! Weil die Artikel ist jetzt darauf ausgerichtet, dass du... eben möglichst wenig Pixel hast. Und deswegen auch... eine kleinere Pixelanzeigerichter. So, und jetzt? Wieso gehst du jetzt nochmal das Räuter, wo du gerade rauskommst? Das freue ich mich auch. Ich habe es nur gerade ausgedrückt. Ist das interessant für mich? Ist das interessant für mich? Ja. Huh. Cool. Ficken. Nein. Noch. Ist das auch interessant für mich? Nein. Okay. Okay. Da komm mal ein Boss endlich. Kannst du es gern. Okay. Große Auerviecher. Das ist ein fetter Laser. Warum ist es ein Bericht? Du brauchst natürlich 600 Meter. Erste Phase haben wir 100%. Okay. Durch welche Tür willst? Durch die Tür? Ja, durch die Tür willst du. Okay. Hier komm ich hoch? Erstmal musst du aus dem Wasser hängen. Und vielleicht die Dinge anschießen. Die rechts da oben. Über dir. Was? Über dir. Das ist über mir. Das da? Ja. Achso. Jetzt kannst du drauf gehen. Ich will nicht drauf gehen. Ich will drauf gehen. Ja. Wenn du jetzt auf der anderen Seite den auch weg machst, dann kannst du auch wieder hochklettern. Ja. Ja. Wenn du jetzt nach links schaust. Dann siehst du den auch. Ja. Ja. Ich hab nichts damit analysiert. Ja. Das ist etwas anderes. Aua. Ich sehe nichts. Da. 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 Nein. Nicht da. Unten. Im Wasser. Da. 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 Rechts. Da. Siehst du den jetzt? Oder? Über dir. Über dir. Über dir. Die tun dir übrigens weh, wenn du wegen dir schnappen springst. Das ist eine der riesen steilen. Weil man es nicht sieht. Weil es schlecht sieht. Nein. Mit dem Ross springen. Schwer kauft. Ja. Ja. Das ist so ein Ding, was mich in Metroid immer nervt. Wo? Wieder mich die Scharren grad nicht erwischt. Hm? Wieder mich die Scharren grad nicht erwischt. Ich weiß es nicht. Aber du solltest zuerst rechts auf die Plattform springen. Ich hasse Metroid, wenn es um Wasser geht. Weil der Space Jam, der ist dann so verpackt. Der ist nicht verpackt. Doch. Nein. Du musst das halt einfach nur im Timing machen. Das ist so ein dämliches... Wie sonst da ist es nicht wieder? Weil der keine Schräge war. Ne, weil sobald du so zwischen Wasser und Nichtwasser bist, dann... Was hast du... Es spielt der Space Jam. Aber du kannst mir nicht sagen, dass das wirklich von vornherein so gewollt war. Und deswegen musst du Timing drücken. Ositasse Timing. Jetzt bin ich in deinem Kopf. Ich drück darf ein bisschen später erst springen. Wenn du an der Plattform da bist. Halt deine Schnauze! Das ist auch geil, wie Samus nicht mal ihre Hände benutzt. In Corruption lernt sie's. Ja. Okay, gut. Verrat war. Ich glaube, das hat es zu ich schon mal. Ich muss überhaupt nicht sagen, dass du das erklärst. Ach, und der Laser tut weh, wenn du einsperrst. Der Laser ist zu mir entfernt. Der ist dann genau an der Höhe gewesen, dass du eigentlich hätte springen kannst. War das gerade ein Glück? Wo ist eigentlich der Block hin? Ich habe irgendwann mal gehört, dass er kaputt gegangen ist, aber ich weiß nicht woher. Hier war ein Block? Ja, dieser Fisch. Hm. Der hat mich gerade genervt. Der hat dich gerade genervt. Ja. Die ganze Zeit gerade. Ja. Irgendwann habe ich ihn... Wo war die Tür eigentlich bis auf irgendwas? Dann. Oh, Samus! Du hast übrigens noch zwei. Das ist übrigens das Portal. Ach, musst du den auch ballern, oder? Ja. Ein Schuss reicht übrigens. Das habe ich gerade genervt. Das habe ich gerade genervt. Was? Äh. Hast du mich jetzt gerade genervt, mich anzurüpsen? Äh. Ähm. Ähm. Du bist jetzt über mir? Oder bist du auf die rechte Tür? Äh. Du kannst du auf die rechte Tür. Also eigentlich wirst du den Laser aktivieren. Äh. Welchen Laser? Der Laser wie wo über dir ist. Was ist denn Laser? Äh. Mach es dir einfach und baller überall in der Licht. Einfach so gut. Bist du halt rein teleportiert? Deswegen sage ich es ja. So was ich dir einfach machen. Ah. Ah. Au. Aha. Da hat er schon mal. Da kannst du den. Genau hat er gemacht. Ah. Okay. Gesagen ist einfach mal. Ich wusste was ich mache. Ja. Und jetzt äh. Will ich wissen was du jetzt bist. Sorry. Das war keine Absicht. Lügt mich nicht an. Das war natürlich keine Absicht. Da ist noch 22 Sekunden. Lügt mich nicht an. Was sag ich von diesen Partenboss? Jai. 3 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bis zum nächsten Parten. Mixer.